Hallo zusammen, ich bin's mal wieder und ich zeig heute noch eine Runde Love Calculator, ist das nicht geil? Guck mal, und da kann ich jetzt zum Beispiel eingeben, der Kapuzenwurm, ne? Und der Debitor LP, so LP, ne? Wie sehr die sich lieben, ist das nicht geil, guck mal. Und, wie lieben die sich? Und? Boah, die machen's aber spannend hier, ne? Krass, guck mal, und? Na? Ja, Kapuzenwurm liebt Debitor 57%, okay, das ist schon mal sehr eindeutig. So, jetzt gucken wir mal, äh, ob der Gronkh den Sarraza liebt. Mein Gott, Sarraza, so? Ich weiß gar nicht, wie schreibt man den denn nochmal? So, ich mach's jetzt so, oder? Obwohl, vielleicht google ich den auch ganz schnell, guck mal. Mach hier schnell ne Google-Suche, ne? Gronkh und Sarraza, ah, das ist natürlich raffiniert. Wo hab ich, konnte ich mir nicht merken. So, dann gucken wir mal, wie sehr der Gronkh den Sarraza liebt. Boah, ich bin so gespannt. Ja? Komm, zeig uns das unglaubliche Ergebnis dieses Dings. Oh, der, die mögen sich nicht so besonders. Hm, komisch. Dann gucken wir mal, wie der Piet, ne, der Piet den Schmied mag. So. Go. Ich hab jetzt Schmied auch schon wieder falsch geschrieben, oder? Mein Gott. Ich sollte mir mal die Schreib, äh, die Schreibvariante merken, wie die geschrieben werden. Oh, das sieht aber auch ganz schlecht aus. Ja? 22%. Und dann gucken wir mal jetzt, wie der Debitor mich so mag, ne? Den Deadcheap. Wie mögen die sich so? Oder eher mich, ne? Weil andersrum kann ich ja nicht sagen. Oh, jetzt, jetzt bin ich ja mal gespannt. Guck mal. Auf jeden Fall. Aus den ganzen Let's-Play-Up-Haugen ist das hier schon, also, ne? You two could have a future together. Finde ich, finde ich geil. Jetzt gucke ich mal, wie ich den Debitor mag. Das ist so ein Scheiß, ne? Mal gucken, ob da das Gleiche rauskommt. Da kommt jetzt wahrscheinlich was anderes raus. Na? Hey, ne, guck mal. Ist genau das Gleiche. Krass. Krass. Und jetzt gucke ich mal, wie sehr der Mario das Fanboy-Sein liebt. Dann gucken wir mal. Nämlich von dem Pillar und mir, ne? Hi, Mario. Schöne Grüße. So, mal gucken. Oh, oh, oh. Das ist ja das höchste Ergebnis bisher, ne? Also, der Mario mag das Fanboy-Sein zu 76%. Und damit schließe ich auch mal, das reicht. Und ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Also, bis zum nächsten Mal, Freunde, ne? Ciao. Tschüss, Mario.